Eine Adresse. Wovon? Von einem Versteck in Paris. Warum sollte ich dort ein Versteck brauchen? Falls alles furchtbar schief läuft, wäre es gut, einen Zufluchtsort zu haben. Um in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. Meine Brüder. Meine Schwestern. Die Uhr tickt immer schneller. Ich habe einen Traum. Für uns, wie wir. Für die Wahrheit leben. Für die Liebe. Vergine. Der Moment ist gekommen, unseren rechtmäßigen Platz einzunehmen. In einer Welt, wo wir Zauberer frei sind. Schließt euch mir an. Oder sterbt. Die Welten der Zauberer und Nicht-Zauberer leben seit über einem Jahrhundert in Frieden. Grindelwald will, dass dieser Frieden zerstört wird. Sie erwarten, dass ich ihn zur Strecke bringe? Dass ich ihn töte? Dumbledore. Wieso tun Sie es nicht? Ich kann nichts gegen Grindelwald unternehmen. Deshalb musst du es tun. Du leidest doch nicht an der Reisekrankheit, oder? Also auf Schiffen wird mir schlecht. Du schaffst das schon. Weißt du, wieso ich dich bewundere, Newt? Weil du nicht nach Macht strebst. Du fragst dich nur, ob etwas richtig ist. Die Zeit rückt näher, da du dich für eine Seite entscheiden musst. Ich schlage mich auf keine Seite. Und was haben Sie vor? Ich lass mir was einfallen. Newt, du hast bisher noch jedes Monster geliebt. Ergreifen wir ihn. Das ist Ihr Bruder? Ich würde sagen, das war der beste Moment meines Lebens. guck, acke diese � нас. Wir wollen sehen, das war der ganze Zeit. Ich war derückschend. Vielen Dank.